hallo und herzlich willkommen zum alice 19 vorst. wir hatten ja beim letzten mal stämme gehäckselt und wir fahren jetzt mal zum verkauf vom häckselgut in der hackschnitzelfabrik. ich bin mal gespannt ob ich da überhaupt hinkomme mit dem geschoss. das ist ja die verkaufsstelle die ich selber hier reingebaut habe. der fährt einfach, der fährt einfach, ja ist klar. jetzt muss ich mal kurz überlegen. genau ein weiter. die spiegel sind nicht die besten aber naja muss ich jetzt wieder dran vorbeifahren. genau über die bahn schien. hat ich nicht gesagt nicht dran vorbeifahren. und ich fahr dran vorbei. okay. lol. was hat hier vorne das? ich weiß nicht. ich weiß nicht. ich weiß nicht. Wo ist er hier auch noch rum? Und? Ja. Wo häng ich jetzt? Hä? Ich bin irgendwie schlecht rumgefahren. Oh Gott, das ist ganz versaut. Ahhhhhhh. Ahhhhhhh. Dann ja mal hier rum. I'm not here alone. Oh. Du weißt? Ich brauche mal nicht. Spannende Musik Okay. So. Also, das ist ja mal eine Geburt. Ich fahre mal kurz hier wieder raus. Ich muss doch hier rumkommen ohne... ...weil ich hier anders rumfahre. Wir wenden mal hier kurz auf der Wiese. Aber wenn ich hier rumkomme... ...und dann hier so einen Schlag. ...und dann hier so... ...und dann da rum... ...guck mal, ich komme so rum. Okay. Alles hier ein bisschen eng gebaut. So. Dafür hatte ich den Parkplatz hier gemacht. Ich brauche noch mal meinen Hut. Äh... ...genau. Dann machen wir das mal wieder raus. Dann fahre ich nämlich... Dann fahre ich auch das hier wieder. Äh... Wagen... ...durchswitchen. Das ist das Problem. Jetzt finden ich bloß durch fretig. Ich... ...dass ich... ...aber wieder rauskomme. 27.000. bekomme ich denn schnitzel exzene 271 ja weil der hat den höheren hakschnitzel preis diese mord so jetzt den gedöns hier bloß wieder ranhängen so 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 Das würde funktionieren immer mit dem Gespann rein, wenn ich jetzt hier wieder rauskomme. Es gibt eben auch die Möglichkeit den Container abzustellen. Dann bräuchte ich da nicht mit dem Anhänger rein, deswegen hatte ich auch den Containerwagen dafür benutzt, er kann einmal 4 laden, 90.000, also die beiden Container zusammen, also 45.000 pro Container, 70.000, gleich ungefähr fahren. Gehen wir schon mal auf den Anker. So, da wartet er. So, dann hopsen wir schnell. Gehen wir mal gleich. Jetzt geht er auf den Anhänger erst. Warte mal, ich muss mal. Ja. Also das muss man nochmal ausprobieren, wenn wir da bei der Verkaufsstelle entwegen vielleicht die Container absetzen. Ja. Das ist echt nur das einzige Knackpunkt manchmal an diesem Ganzen. die Döns. 26, also 51.000 und. und fürs Hexerwohnen. Fürs Hexerwohnen. Ja. Also es gibt halt ein paar Möglichkeiten, Hexerwohnen zu verkaufen. Man hat ja gesehen, rein komme ich. Mit, 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 mit. So. Okay. Wo haben wir es? Okay, das läuft da auch noch. Okay, das läuft da auch noch. Da oben? Oop! 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 So was mit ihm. Komm schon ich schieb den mal in der Mitte rein. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. A little bit away. Hey, yeah. Wait a minute. Oh. A little bit more. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollen wir ja gar nicht. Kann ja... Die Stützschüße. Genau, warte mal, jetzt... Jetzt hat er... Jo, das ist ja vorwärts. Ist halt ungewohnt. Jo... Brust. ... Ja, ich bin... Oh, das ist ein ungewohnt. Irgendwie... Jetzt würde ich mal eins gucken. Container ist doch noch nicht voll. Ja, ich doch. So, liebe Leute. Auf jeden Fall werde ich den Rest hier noch durchballern durch den Häcksler. Ich glaube, das passt alles im Container. Ich glaube mal nicht. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tochter. Fickerte Taster. Ciao. 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 Ciao.